Hallo und Willkommen zurück zu Spiderman Ähm, was mache ich jetzt am besten? Mach das? Ah, schön! Schön! Oh! Ah, das ist dieser Pogge. Oh, oh! Ah, okay. Ow, 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 ow! So. Hast du noch was zu sagen? Nein? Gut. Gut. Juri, deine Männer sind sicher. Was ist? Kommst du aber Westside? Wir schützen die Zivilisten, aber Ryan macht uns nicht einfach. Das tut er nie. Bin schon unterwegs. Äh, ist noch. Oh. 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 Wirklich, decreest du Zable. Hab was besseres zu tun. Ihr schimmert zu groß. Oh. Officer im Bereich Columbia benötigt Ist das normal? Hallo Rhino Hallo Rhino Ping, ping, ping So Juri, Rhino ist unterwegs, aber ehemalige Rikers-Insassen wollen sich deine Barrikaden vornehmen Ich bin zur Unterstützung da Sehr gut, ohne die Barrikaden sind die Leute da drin erlässlich Müsste aber eine bestimmte Person zuerst ausschalten, sonst werde ich Probleme damit haben Da Danke Das lief gut Au Randet doch nicht im Feuer Ja So Jo, mach ich, mach ich, mach ich Er muss auf Befehl von Dr. Octavius handeln Mit diesen überfallartigen Angriffen auf die Notfallteams der Stadt Ja Dich mal, äh, nehmen Ach Ich bin nicht, danke Ich bin nicht, danke So So Ja, sofort Ja, sofort Au Au Ist Du Oh Ich 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 Du Ich 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 Ja Ich Ich spring doch drüber spring nicht dagegen doch leben da ok was das ja nicht gut oh das ist nicht da Das ist der Danker. Ah! 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 So! Saber! Hm! Ja! Ja! Bruder! Bruder! Bruder schieß auf die! Die sind von Raikers entflohen! Ist das euer Ernst? Ich weiß nicht genau was ich gegen die machen kann! Das nicht! Der ist neutralisiert! Ja ist gut! Ja! 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 Auf Jáena! Oh! Oh! Nies Pin Somebody! Unten ist noch einer Zurück zur Mission Zurück zur Mission Das ist die Mission Achso, frisches Gebäude Da habe ich nicht rein technisch meine Mission schon beendet Ich verstehe jetzt nicht was ich machen muss Der Arsch habe ich doch Spring vom Dach Nein, spring vom Dach Oh, Peter Spring vom Dach So, wie mache ich euch jetzt fertig? Wenn ich das bloß wüsste Wenn ich das bloß wüsste Wenn ich sie mir zum verlassen Ich komme ja gar nicht zu denen hin Wie soll ich das bitteschön machen? Kann mir einer mal bitte sagen Wie das funktionieren soll? Oh, jetzt ist er weg Jetzt ist er weg Ich habe nichts Was ich für die benutzen kann Ich habe nichts Was ich für die benutzen kann Peter Danke Danke Das war es so nicht richtig. Kommt ja. Oh, was? Hätte ich nichts machen können Ich habe nur noch eine Animation drin Oh, da gibt es jetzt noch Ja, ich weiß nicht, was ich da machen soll Wenn ich den einen angreife, greift der andere mich an Ich verstehe das nicht so wirklich Was ich da machen soll Ich habe einen von denen plattgekriegt So, aber Wir machen da beim nächsten Mal weiter Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss Und auf Wiedersehen